Yo Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen, kleinen Hacker-Bann-Video. Mit dabei ist an meiner rechten, rechten Schulter, ja, ist rechts, hi, ist der Liebe verworfen. Heute mit seinen schönen Drachenflügel, sehen ganz schön aus. Die hängen gleich aus, das sieht voll cool aus mit dem, mit dem Cape, Team, mein so Cape hier. Ja Leute, heute bannen wir mal wieder ein paar Hacker und dafür müssen wir uns natürlich in das Report-System mit Slash Report Login einloggen. Und dann warten wir mal, bis der S-Hacker kommt, da kommt er schon direkt, aber, okay, können wir noch draufklicken? Ja, dann sind wir direkt beim ersten Hacker hier, vielleicht hackt der ja auch direkt. Verworfen wird uns dann einfach immer hinterher springen und wir haben heute mal ein kleines anderes Texture Pack am Start. SXNU ist der Hacker, okay, er hat sich schon mal Equipment und er ist ein Steve, ne, er ist kein Steve, oder? Ne, 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 okay. Ne, 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 normal, äh, ja, also er läuft, normal. Baut sich auch einigermaßen, also normal halt. Das kann uns natürlich gleich, also er wartet natürlich wahrscheinlich da oben vielleicht eher schon, wenn er jetzt hacken würde. Es wäre halt gut, wenn er jetzt mal draufgehen würde, dann sehen, würden wir halt sehen, ob er hackt. Oh, oh, mit Bogen. Hm, sah das so aus, als würde er mit dem Bogen laufen, aber das kann natürlich nur so aussehen. Übrigens, Leute, das ist das, ähm, Spark-Spark-Irgendwas-Pack. Oh, sah, sah ein bisschen komisch aus mit dem Knockback. So, nur leicht nach vorne, aber noch nichts. Total verdächtig. Ich mach mal ganz kurz wieder den Shade aus, Leute, ich wollte es gerade mal ausprobieren. Ja, bis jetzt läuft er nur rum, Leute. Also, ja, so ist er, er hatte kein Bett mehr, deswegen, ja, konnten wir leider nicht mehr genau sehen. Dann würde ich sagen, versuchen wir direkt zum nächsten zu gehen, hier. Oh, jetzt, 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 aber. Jetzt haben wir doch hier aber jemanden. Okay, wir sind in Gun Game, Leute. Auf der lieben Map, Waterlands ist das, glaube ich. Und ich denke, dass hier, ne, okay. Meistens sind es ja so, Leute, dass die, die mit den Rüstungen oder mit den relativ besseren Rüstungen oft hacken. Aber in dem Fall haben wir jetzt gar nicht mehr. Wer wurde denn reportet? Der Steven irgendwas. Da, haben wir einen Steven. So, okay, der sieht irgendwie auch ein bisschen verdächtig aus. Äh, bist du gerade als Spieler da? Äh, ich bin im Spectator-Modus, aber ich kann mal als Spieler kommen. Ja, sonst geh ich kurz raus und dann, äh, guck, dass du mal, äh, der ist ganz hinten recht, also wenn du durchläufst, dann links. Da ist er nämlich. So, der greift mir auf jeden Fall auch an. Lol. Der hat. Lol. Ich bin mir nicht sicher, aber. Ey, ich glaube, das ist ein Hacker-Team. Weil die haben sich auch so komisch angeguckt. Das kann sein. Yo, dieser Jot. Guck mal, ob der Jot hackt. Der mich gerade getötet hat. Mhm. Ja. Ja, 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 das war, das sagt er. Yo. Wie heißt der? Yo-o-man, oder? Ja. Yo-o-man. Oh, ich glaube, wir haben einen neuen Hacker. Ja. Wer denn? Ja. Der Ompalon. Der Ompalon. Ha. Der Ompalon. Hier, der. Da, 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 Leute. Ihr habt das gesehen. Hexbann und damit ist er weg. Ompalon. Okay, also der da hinten, der sich da so versteckt mit der dollen Rüstung. Der könnte der nächste Hacker sein. Und noch jemand anderes hier. Der, der, dieser Opa-Mann oder so. Ich geh mal jetzt kurz aus dem Spektmodus raus und guck mir das selber mal an. Komm, Leute. Wir greifen jetzt erstmal Attacke. So, einmal. Oh. Ich hab, glaub ich, einen, ja. Jot zwei, ja. Noch einen. Der. Der hier. Der hackt noch. Okay. Der dann, warte. Ich, ne. Ich zähle. Ja, ich komm kurz. Dann kannst du den auch einfach wegbannen. So. Warte. Speck. Wo ist denn der? Ja, der hört auch die Killer-Auber an. Tia, 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 Tia. Okay, ich glaube, ich hab einen. Tia-Goss. Ja, okay. Ich seh ihn. Okay, wir machen mal einen Knockback-Test. Also, er kriegt fast keinen Knockback. Aber eben sah es ziemlich unnötet aus mit der Killer-Auber. Hm. Das sind vielleicht mal welche hin, John. Kommt, Leute. Er schreibt Teil-Moderator. Ja. Okay, es kann sein, dass er jetzt... ...ix ausgemacht hat. Ne. Sieht mir nicht so nach Hex ausgemacht haben. Also, dann kannst du den bannen. Ich hab's auf jeden Fall aufgenommen, Leute. Da, mit dem Nils-Necker weg. Ja. Oh, 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 oh. Was ist mit diesem Zuhalter-Zero? Oder Zuhalter-Soro? Ja, Zuhalter-Zero. Der hat auf jeden Fall auch komische Hitschritte gegeben. Na. Aber ich glaub' er nicht. Knockback. Wie sieht's mit Knockback aus? Hm. Ne, da hat er auch nicht... ...nicht den anderen geschlagen. Jetzt wird's spannend, wenn er mit zwei kämpft. Ne. Also, er hat sich mit dem anderen irgendwie fokussiert. Ne, ne. Bei der typischen Killer-Auber. Ah, da, er springt rum. Okay, ich geh mal an. So. Hä, was willst du, Benji? Ne. Ja. Ganz legit. Auf jeden Fall, äh... Ja, würd ich sagen, äh, hackt nicht. Leute, wir können das nochmal gucken. Also hier, der hackt auf jeden Fall gar nicht. Nein, auch gar nicht irgendwie eine Range oder sowas. Bahn-Bange und eins. Weg mit dir. Hier sind drei Teamer, äh, ne, drei Bug-User. Okay. Dann kommen wir durch kurz mal um die Bug-User. Dann, äh... Unwichtiger. Ja, unwichtiger. Bin ich? Äh, ja, die haben sich hier hochgeboostet. Weil, hier sind... Also man kann eigentlich normalerweise nicht hier hochspringen. Und die haben sich da gegenseitig hochgeschlagen und das ist verboten. Runter mit euch. Ist verboten. Mit Check-Modus. So. Noch jemand? So, runter mit euch. Macht's wieder. Er versucht sich wieder hochzubaden. Zeig mal, wo. Jetzt gucken wir mal, ob sie wieder hochbaden. Ja. Er macht wieder dieser Pixel-Keks, Mann. Ja. Ja. Ihr werdet jetzt gleich... Ich... Äh, okay. Wir haben euch... Wir haben euch sogar runtergeschubst, Alter. Die Anna. Okay, ich bahn zwei und du kann... Äh, du kannst zwei bahn und ich bahn einen. Einfach die Anna. Äh... Ich bahn diesen Pixel-Keks, Mann. Okay, warte, was ist Bug-Using? Neun. Neun. Okay, Leute. Bug-Using. Haben wir in der Hacker-Bahn-Hoffnahme mal einen Bug-User. Das gibt's natürlich auch. Aber erstmal müssen wir noch gucken. Und zwar soll der ja... Der hier, der Gold-Rang soll hacken. Okay, ich schlag den einmal. Den Knockback bekommt er nun mal. Ah, ne, der hackt nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht hat der gerade eben gehackt und hat jetzt Hacks ausgemacht. Wir gucken erstmal weiter. Unter x einem Dollar. Ein gelegter Spieler. Oh, in Dings. Wer ist der? Der heißt eigentlich unter Strich Wolfi, Wolfi. Okay. Wer soll was? Oh, Bug-Using. Ist er da gewollt hingekommen oder? Ich weiß nicht. Warte mal, ich lade ihn mal in die Party ein. Ist in der Party drin? Wie kannst du bitte die Runde belassen? Hat er sie bekommen, die Nachricht? Ja, der hat bekommen, aber er hat noch nicht geantwortet. Okay, jetzt müsste er es gesehen haben, weil er gerade so guckt. Ja, er schreibt nein. Er schreibt nein. Okay. Dann müssen wir ihn wegen Bug-Using bannen. Ja. Das heißt für die Neuen leider. Also Leute, wenn ihr von jemanden angeschrieben wird wegen Bug-Using und so weiter, müsst ihr auf jeden Fall antworten und lieben und das machen, was halt der Moderator in dem Fall sagt. In dem Fall wird er jetzt leider gebannt, weil er natürlich so dreist und einfach nein. Er antwortet auch noch nein. Oh mein Gott, manchmal frage ich mich echt. Weg mit dir. Okay, ich habe was verkackt. So, jetzt. Tja, das tut mir dann leid, Leute. Müsst euch halt an Regeln halten. Und die Regeln besaßen halt, dass man auf der Map bleibt und nicht sich irgendwie durch... Wahrscheinlich hat er sich sogar noch absichtlich durch die Wand gebackt. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Weil es an dieser einen Stelle da... Ja, das haben die anderen auch versucht, seine Mates. Ja. Guck mal, haben wir hier... Haben wir hier in der Aufnahme einen Diamond-Hung, der hackt? Ja. Wer braucht... Ich glaube, der hackt, oder? Oder... Ist das ein Nick, oder ist das... Ich kämpfe mal gegen ihn. Ne, das ist gar kein Nick. So, kämpfe mal. Ich beobachte das. Guck mal, dass du vielleicht... Also, er hat mich jetzt nicht instant anvisiert. Also, es hat eine Zeit gedauert, so eine Sekunde. Also, so zwei Sekunden. Ist ja ganz gut, wenn alle mal so gleichzeitig da drauf gehen. Ja, sowas zum Beispiel. Ja, ne, er wird schon sehr hart weggehittet. Aber wie kann er die ganze... Also, er bleibt irgendwie immer noch... Oh, da, der hackt aber, glaube ich, der Greg hier. Greg Z. Der Greg? Los, treffen, 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 treffen. Man muss ihn nur rund hacken. Boah, Alter. Weg mit dir. So, ist das noch ein Hacker hier? Ich glaube schon. Äh, der Seyuka. Warte, der eine da, dieser... Ich glaube nur, dass er hackt. Der 1p... 1p irgendwas. Und er ist nicht mehr da, okay. Ähm, wer soll hacken? Der Seyuka. Seyuka? Seyuka. Okay. Und der TX soll, glaube ich, hacken. Leute, was geht hier ab? Der TXL. Stellt er sich hin. Das ist ja die typische Hacker-Position hier hinten, Alter. Also, ich geh mal ganz kurz aus dem Spec-Modus raus und guck mir das mal. Lauf mal nach da hinten. Okay. Also, Knockback bekommt er erstmal. Ich würde erstmal sagen, Leute. Ähm, ja. Ihr könnt unten reinschreiben, an welcher Minute des Videos, ähm, er wohl gehackt haben könnte. Oh, Leute. Äh, er gehackt haben könnte. Und, äh, ja. Wir werden auf jeden Fall, äh, jetzt hier noch ein bisschen weiter beobachten, Leute. Und wenn ihr, ähm, mehr von Hacker-Bunnen-Videos sehen wollt. Ich weiß nicht, ob das heute ein bisschen, äh, kurz, äh, ein bisschen langweiliger war oder so, weil wir konnten nicht so viel leider trollen. Aber wenn euch solche Hacker-Bunnen-Videos auch gefallen, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Zum 500. Mal. Denkt dran, Glocke aktivieren, abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Schaut mal bei Verworfen, so im Forum und sonst so, auf den sozialen Plattformen, Twitter und so weiter vorbei. Danke dir für's, ähm, mitbannen. Und, äh, ja. Kein Problem. Jetzt, haut rein, Leute. Ciao, ciao. Ciao. Ah! Der TX-TXL freif mich wieder an. Der doofe Hacker. Okay, vielleicht hackt er ja nicht. Ich weiß es nicht genau. Wir beobachten ihn nochmal. Wir beobachten ihn. Wir beobachten ihn.